Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft Remastered. Ja, nachdem wir jetzt das Ende nochmal spielen müssen, da wir, ähm... Ja, da Fehler aufgetreten sind. Ja, ja. Ja, ja. So, und ab jetzt werde ich nochmal speichern. Und du, ja, habe ich mir jetzt gedacht, da wir ja die Missionen eh schon geschafft haben, ja? Ähm, haben wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen Spaß. So. Hier greifen wir das an, Neo. Zack. Und fliegen hier einmal drüber und erledigen die Zerks. So. So. So, die drei. Wir schicken ihn mal da hin. Wir gehen mal angriffsmäßig hier hin. Wie ist der andere? Ja. So. Wir gehen hier nach unten und kümmern uns mal um das da. So. Werden sich alle freuen und Spaß haben. Ja. Da warten wir jetzt nochmal. Die 13 Minuten. Löwen. Äh. Eure Krieger. Wir kämpfen den Gegner. Tsk. Lululululululululululululululul. La 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 la. Zack. Oh. Kommen wir die weg. Sodass die einfach hier nichts mehr neues bauen können. Wir ziehen uns hier nach unten. Die drei ziehen hier mehr nach oben. Ihr greift jetzt alles bis dahin an. So. Die liefern sich ein episches Battle. Tja. Hier sogar noch ein paar Gegners. So. Ich würde vorschlagen, bauen wir hier den. Du gehst mal da rein. So. Und du gehst hier noch rein. Lalalala. 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 Hoppala. Das war das falsche Gebäude. Den wollte ich hier eigentlich bauen. Aber ist egal. Tja. 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 Boah, und ihr langweilt euch hier. Das ist jetzt auch wirklich eine ziemlich langweilige Folge. Oh, guck mal, da haben wir ja noch ein paar Trägers. Na komm. Schicken wir die noch mal hier hin. Und dann klären wir gerade mal die ganze Karte. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Dann müssen wir den Gegner hier auch mal erledigen. Kommt mal mit. Zerstört es. So. Haben wir eliminiert. So. Schicken wir hier zusammen. Das Lager ist jetzt auch tot. Wir gehen weiter ins nächste. In den Roten. Haben wir hier auch noch was. Hier haben wir nicht mal mehr was. Das ist ja langweilig. Dann könnt ihr ja hier mit nach unten kommen. So. Dann machen wir das hier noch. Sehr schön. Dann ist das hier quasi das letzte Lager. So. Und zack. Tun sie das. Komm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir speichern hier. Selbst wenn man das Spiel jetzt wieder abkackt, kann ich mir nicht sicher gehen, dass ich da nur noch drei Minuten warten muss. Dann machen wir die Brutstätte. Dann machen wir die Brutstätte. Nee, das ist keine Brutstätte, aber das Gebäude. So, das schafft ihr jetzt. Komm schon, wir schaffen das. So, gehen die letzten paar Gebäude. Dass ihr dann noch nach oben kommt. Dann greifen wir das noch an. F nicht die dummen Larven an. F die Dinge hier an. So, das. Oh, hier. Das nächste. Der kommt schon. So, speichern. 50 Sekunden, Leute. Da kriegen wir hin. Die letzten drei Gebäude. Ich würde sagen, wir speichern hier jetzt noch mal. Und jetzt hoffe ich mal, dass nichts passiert. Exekutor. Die Bündelung ist abgeschlossen. Zieht eure Streitkräfte in den Tempel zurück und macht euch bereit. So. Sieg. Jawohl. Einheiten vernichtet. Ja gut, ich habe jetzt zum Schluss ein bisschen übertrieben. Zählt jetzt nicht so wirklich. Ich bin bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, das war die Protos Kampagne Sehr schön, als nächstes folgen die Terraner Ach, das ist toll Das ist doch ein schönes Folgenende, oder? Also Leute, tschüss